Ja meine lieben Freunde, was geht ab und damit willkommen zu einem neuen Video und zwar wurde gerade vor 5 Minuten ein neuer Trailer von Formel 1 veröffentlicht und zwar geht er gerade mal eine Minute lang, ich habe ganz kurz mal reingeschaut und zwar zur Deluxe Edition gibt es einen kleinen Trailer und ja auf jeden Fall einige neue Infos denke ich mal auch Freunde, also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen auf das Video hier wird wahrscheinlich nicht das aller längste hier sein, wenn ihr eben keine weiteren News zu Formel 1 2021 verpassen möchtet oder auch allgemein Let's Plays anschauen wollt zu aktuell Formel 1 2010 oder auch MotoGP 20, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und ja Freunde, ich würde sagen, jetzt checke ich auf jeden Fall das Video aus oder eher wir zusammen Freunde, ich lese erstmal kurz den Text auf jeden Fall durch da steht, wenn wir es zu wählen, 7 ikonische Fahrer gibt es, 5 Weltmeister, ok nice auf jeden Fall, also werden hier die neuen Fahrer angekündigt die es eben bei der Deluxe Edition für die MyTeam Karriere glaube ich gibt, habe ich ja eben auch schon im letzten Analyse Video quasi erwähnt also gibt es wirklich so Fahrer wie Schumacher oder Senna, Prost, Button, Rosberg, Coulthard und Felipe Massa bei der Deluxe Edition quasi als Fahrer zur Verfügung hinzugefügt worden zum Fahrermarkt, heißt man kann die einfach in sein eigenes Team holen, auf jeden Fall sehr cool dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Trailer rein Freunde, Michael Schumacher unter anderem jetzt eben mit dabei 7 neue ikonische Fahrer werden eben mit reingenommen, so ein bisschen wie bei FIFA gibt es ja auch diese Icon-Spiele also alte Legenden wie eben ein Pelé, ein Maradona oder wer auch immer oder Miroslav Klose beispielsweise genau hier die ganzen Statistiken, Michael Schumacher hier am Start, genau 94er Rating, das ist auch interessant zu wissen gibt immer noch nach wie vor die vier gleichen Stats, also Erfahrung, Awareness, also Aufmerksamkeit, Pace und Racecraft auf jeden Fall nice, also 94 für Schumi, ich weiß gar nicht, ist der beste, wahrscheinlich dann Schumacher zusammen mit Hamilton denke ich mal auf jeden Fall nice, hier nochmal Jensen Button, Nico Rosberg, okay Rosberg eine 89 und Button mit einem 90er Rating sogar also sogar besser, wahrscheinlich haben die so das Rating gemacht von dem Jahr, in dem sie Weltmeister geworden sind also bei den beiden, denke ich jetzt mal, Button eben mit einem 90er Rating, sehr cool genau hier nochmal, David Coulthard und Felipe Massa, also die Runner-Ups heißt die Fahrer, die eben Vize-Weltmeister glaube ich geworden sind Massa eine 86, Coulthard eine 87, auf jeden Fall berechtigt würde ich sagen, die beiden Ratings Bauer das Größte, F1 MyTeam, Senna und Prost mit dabei, konnten die ja leicht übernehmen, gab es ja schon im vorletzten Spiel glaube ich oder wann das war, mit Senna und Prost, okay Prost eine 93, hä warum hat der nur eine 85 bei Erfahrung das ist bisschen komisch oder war das damals so eines der ersten Jahre von ihm, das kann sein, aber bisschen komisch, dass der so wenig Erfahrung hat und jetzt kommt Ayrton Senna, dreifacher Weltmeister aus Brasilien, sieht auf jeden Fall cool aus das Charaktermodell, ja der hat auch eine 94, warum auch immer nur 79 Erfahrung, keine Ahnung, warum, aber okay auf jeden Fall 94er Rating, krass Freunde, vor allem Racecraft eine 97, sehr heftig, sehen auf jeden Fall nice aus die Fahrer hier, wen wirst du wählen, ja mehr gibt es leider noch nicht Freunde, also leider eben nur wieder mal eine Minute ich hoffe auf jeden Fall mal auf Gameplay, weil letztes Jahr um die Zeit gab es glaube ich schon Gameplay ja okay, schade, das kann man anscheinend nicht öffnen, den Artikel von EA ja, schade Freunde, also damit war es das eigentlich schon mit dem Video leider bisschen kurz, hier nochmal das, okay EA hat einfach einen kompletten Fehler auf ihrer Seite gerade, perfekt, naja Freunde, also habt doch einen schönen Tag lasst auf jeden Fall den ganzen einen Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt heute eben ein kurzer, kleiner Trailer, die neuen Fahrer, die es eben gibt bei MyTeam sieben krasse Fahrer auf jeden Fall, natürlich nicht alle darunter Weltmeister geworden aber auf jeden Fall cool, nices Feature auf jeden Fall aber leider eben noch kein neuer, weiterer Trailer gekommen, also Freunde haut rein, bis zu einem anderen Video, habt noch einen schönen Tag und ciao